Wie geht's dir heute? Ach ganz gut. Könnte aber auch besser sein. Wollen wir heute ausgehen? HMM, weiß nicht. Bitte sag ja. Okay, du hast recht. Los geht's. Hast du genügend Geld für ein gutes Restaurant? Klar hab ich genügend Geld. Hab ich von meiner Umme geerbt. Dann gehen wir mal los.